Und nun zu dem wöchentlichen Nachrichtenrückblick. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat am vergangenen Sonntag seinen fünftägigen Besuch in Australien mit einem Treffen mit Außenministerin Julie Bishop abgeschlossen. Netanyahu hat seinen dortigen Besuch, der erste eines israelischen Ministerpräsidenten überhaupt auf dem Kontinent, als wunderbar bezeichnet. Zusammen mit seiner Frau Sarah traf er verschiedene Persönlichkeiten aus der Politik, Wirtschaft und der jüdischen Gemeinde. Bei dem Treffen mit seinem australischen Amtskollegen Malcolm Turnbull wurde eine Vertiefung der wirtschaftlichen Beziehungen und der Kooperation im Bereich des Tourismus beschlossen. Am Donnerstagabend versammelten sich vor dem Rathaus von Sydney etwa 1000 pro-palästinensische Demonstranten und protestierten, dass Netanyahu in Australien wie ein Star empfangen und nicht wegen Kriegsverbrechen belangt wurde. Der palästinensische Botschafter im Iran, Salah Sawawi, warnte in einem Interview am 20. Februar mit der Al-Manar-TV-Station der Hezbollah im Libanon, dass der Westen versuche, ein Groß-Israel zu etablieren, dass zerfallene arabische und islamische Staaten kontrollieren und die Araber in Diener, wenn nicht sogar Sklaven, in der Region verwandeln wolle. Ich bete zu Allah, dass der Iran 1000 Atombomben baut, die zur Verteidigung der Islamischen Republik und ihrer Prinzipien dienen und nicht gegen arabische oder islamische Staaten eingesetzt werden. Unser Krieg ist nicht nur gegen diesen zionistischen Feind, sondern gegen ein hundertjähriges westliches Unternehmen, das unsere Bodenschätze rauben will. Seit letztem Sommer gibt es in Jerusalem das sogenannte Jerusalem Double. Juden und Araber treffen sich in den verschiedenen Stadtteilen Jerusalems, um herauszufinden, wer der beste Backgammon-Spieler ist. Es werden regelmäßig jüdisch-arabische Backgammon-Meisterschaften veranstaltet. Auch am Montag gab es wieder solch ein Treffen, erneut in der Jerusalemer Fußgängerzone und diesmal ging es um die Jerusalem Double Wintermeisterschaft. Dort sorgte der kleine Nimrod fast für eine Sensation, als er einen Gegner nach dem anderen besiegte, bis er sich im Viertelfinale wegen Pech beim Würfeln geschlagen geben musste. Die Veranstaltungen werden immer von arabischen und jüdischen Musikgruppen begleitet. Es ist ein wahres Happening. Juden und Araber verbringen einen fröhlichen Abend miteinander und lernen sich so besser kennen. Die Botschafterin der USA bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, hat in der vergangenen Woche einen guten Start hingelegt. Nach einer Sitzung des Sicherheitsrates zum Nahen Osten, die sich einzig auf Kritik an Israel konzentrierte, hat sie einen Rückblick getan, der der ehrlichste war, der jemals von einem US-Diplomaten vorgetragen wurde. Die Vereinigten Staaten werden dies nicht mehr ignorieren, sagte sie. Ich bin hier, um zu bekräftigen, dass die Vereinten Staaten entschlossen sind, der anti-israelischen Voreingenommenheit der Vereinten Nationen entgegenzustehen und darauf dringen werden, dass die echten Bedrohungen, denen wir im Nahen Osten gegenüberstehen, angegangen werden. Im vergangenen Jahr gingen 9,2 Milliarden Dollar amerikanischen Steuergeldes an die UNO, 659 Millionen zur Deckung von 22 Prozent des jährlichen operativen Budgets der UNO, 2,6 Milliarden für friedenserhaltende Maßnahmen und eine zusätzliche freiwillige Zahlung von 5,9 Milliarden. Die Vereinten Nationen können nicht länger feindlich, undurchsichtig und nicht zur Rechenschaft zu ziehen sein und erwarten weiterhin einen monatlichen US-Check zu erhalten.